Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Super Circuit und ich bin gerade irgendwie in Aufnehmen-Laune, da es irgendwie halb 10 ist und es normalerweise nicht bei einer Aufnahmezeit ist, weil ich die Partie hier mal aufnehme, kurz bevor ich sie rendere. Aber ich habe gerade Lust mit euch zusammen, einfach in einem Durchlauf den 150er Cup zu beenden. Ein kompletter Durchlauf und ich werde die Folgen einfach immer cutten und immer dann, wenn ich denke, gut, jetzt ist der nächste Part, stoppe ich die Aufnahme und tue so, als wäre das ein neuer Part, aber ich mache es halt alles in einer Aufnahme. Also los, 150er Cup in einer Aufnahme, let's go. Den spielen wir alles mit Todd durch, weil Todd ist einfach so mein Spieler und wir fangen diesmal sogar mit dem Mushroom Cup an. Es ist der letzte Cup, die letzte 150er Cup ist das letzte, was wir hier spielen werden und deswegen will ich hier alles auch vom Herzen beenden. Den Cup, den wir immer als letztes genommen haben, der kommt diesmal als erstes. Okay, let's to beginn with the Mushroom Cup. Okay Todd, lass mich nicht im Stich, ich habe dich nicht umsonst ausgewählt. Zeig mir, dass ich dich richtig gewählt habe. Ich bin wieder auf den höheren Plätzen. So, gefällt mir das noch viel, viel besser. So, wir entfernen nochmal diesen Klempner vor uns. Geht? Oh Gott. Nein, 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 überholt mich nicht. Geh beiseite. Ach Gott, hat er nicht getroffen. Der Wet Sheel. Die hole ich auch noch so auf. Oh Gott. Nein, 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 nein. Das war ein Arschloch-Moveepiece. Du gehst weg Ah, verdammt Nur Zweiter geworden hinter Peach Aber egal, wer kriegt das noch hin? Mir fällt gerade Doch, 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 doch Ich war gerade verwirrt Ich dachte, wir können den 105er Cup einfach in einer Folge durchrattern Weil da fällt mir ein, dass nur der Mushroom Cup alleine Ja, schon 18 Minuten dauert Da war ja was Okay Nächster Cup Diesmal beenden wir das hier aber als erster, glaube ich Weil ich liebe diese Strecke einfach Nur Peach ist unglaublich schnell, was ich nicht verstehe Weil mein Speedlevel ist eigentlich höher als ihr Ja, wir sind dann jetzt auch mal weg Ach, ja Oh, nochmal Und wuh, aber liefert kein Fly Okay, wir gehen hier dann Sichern wir uns den Roten Cup Fürs nächste Mal Ich weiß gerade überhaupt nicht was los Ich bin gerade voll in Kommentierstimmung Wie alles mögliche Schon seit heute Morgen Ich weiß nicht, was los ist Aber das nutze ich doch dann auch gleich mal aus Oh Gott Oh Gott, Krabben Noch mehr Krabben Das war keine Krabben Oh mein Gott So eine Wendung Okay, ich glaube, wir haben das locker in der Tasche jetzt Oh nein, 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 nein Oh Gott, nein, nein Ja, ja Peach Here we go Dein A Jo, das Ding ist einfach disszipiert Nein, 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 nein Mario, du nicht Peach überholt und einfach in der letzten Runde Nein, 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 nein Nein, 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 nein Wenn Peach das jetzt wirklich noch gewinnt Start ich das hier neu Ne, fuck das, wir machen das Ich will das hier noch gewinnen können Ihr sterbt alle So, jetzt können wir das nochmal neu starten Super leid, aber ich will das auf jeden Fall Als erster gewinnen Das von Peach war einfach der Arschloch-Move des Jahrhunderts Das war einfach nicht fair Deswegen versuchen wir das nochmal Und während hier diese schöne Anfangsszene kommt Schließe ich doch mal mein Handy ans Aufladekabel an Wunderschön, alles hat in die Zeit gepasst Und ich kriege nicht mal einen Bonus hier Ein Schubbonus am Anfang Gut, jetzt müssen wir wieder hier auf den ersten Platz kommen Das wird aber kein Problem sein So Tada, wir sind erster Wir behalten jetzt die ganze Zeit diesen Shell einfach hinter uns Das war ein leichter Fingerkrampf für mich Weil ich die ganze Zeit A gedrückt halten muss Aber so kann so ein Arschloch-Move von Todt nicht mehr kommen Äh, nein, ich bin tot So ein Peach nicht mehr kommt So rum Und, äh, ach ja, was ich noch sagen wollte Äh, das mit dem 1080 1, ja, 1080p Äh, hat sich bewährt Es war zwar ein extrem langes Verfahren mit dem Rendern Dafür ist die Audioqualität besser gewesen Und die Videoqualität einfach alles Von daher werde ich jetzt auch weiter in 1080p Rendern und die Videos hochladen Einfach, selbst wenn es nicht mit dem Video zu tun hat Einfach nur für die Audioqualität, weil die hat sich einfach besser angehört Okay, da haben wir gewonnen Äh, deswegen werde ich weiter in 1080p rennen Das heißt, es kann sein, dass die Parts alle etwas später kommen Und, äh, oh, das war es dann auch mit dieser Strecke für den Maschenkopf Ist ja Zeit für die nächste Okay, was ist das? Die Riverside Der Riverside Park So, da habe ich kurz mal einen Gena unterdrückt Ah, jetzt kriegen wir unseren Schubbonus Oh Gott, 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 Gott Den haben wir uns aber auch wirklich verdient Ja, ja, Dritter, ich glaube auch Das war's mit Yoshi Komm her, Peach Komm her, Peach Mich schüttelst du nicht so einfach ab Ich bin ein sehr hartnäckiger Mensch Ach, komm, Peach ist heute Boah, Alter Die sind heute irgendwie alle so im Arschloch-Modus Alter, sind die heute alle im Arschloch-Modus Das ist, die mögen mich heute, glaube ich, echt alle nicht Aber jetzt mag ich sie aber auch alle nicht So, oh Gott, da kann man Shell Ja, hier, jetzt könnt ihr mich alle mal Toad Returns Sag ich dazu nur Toad Returns So, komm her, Peach Geh aus dem Weg Hier kommt Toad Oh, Gott, den hebe ich mir auf Oder benutze ich den einfach jetzt schon Hier einfach noch, um uns ins Ziel zu kommen Für Sicherheit Gut, schon wieder den ersten Platz Gesicherte Mushroom Cup Das ist Vorzüglich So Ja, ja, tot, tot Okay Das Bisher haben wir 24 Punkte Das ist die letzte Strecke Das vermissten wir perfekt in der Hand haben Die Streckenrennen Ding, Gedingste Ihr wisst schon, was ich meine Und wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt Vielleicht Oh Gott Nein, nein, nein Ich hab die Pfeile Oh Gott, meine Hände sind nicht auf den Pfeiltasten gewesen Die waren auf irgendwas anderem Oh Gott Ich hab's nicht gesehen Oh Gott, verdammt, verdammt, verdammt Okay, okay Dass das jetzt aufzuholen wird Eine Herausforderung Das passiert, meine Kinder Wenn ihr nicht aufpasst und Auto fährt Ihr fahrt gegen eine Wand Also tut das nie Immer die Augen auf der Straße halten Oder auf der Tastatur Je nachdem, wie ihr Auto fährt Oh Gott, 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 Gott Oh Gott, ernsthaft, eine grüne Schelle Egal, reicht, um den Affen auszuschalten Oh nein, Bowser So, Luigi Ah ja Oh Gott, nein, ey Das war halt sogar unbeabsichtigt Ach Gott Ich wollte eigentlich sogar noch als Vierter ins Ziel Aber dann Einfach gegen die Wand gefahren Verdammt Okay Habe ich mal noch hier Warte, warte, warte Bevor das rein anfängt Hier, Pfeiltasten Y-Taste Gut Das müsste jetzt alles funktionieren Oh, ich hab sogar meinen Speed-Bonus bekommen Verdammt Das habe ich aber nicht eingesammelt Oh Gott Ich darf nicht so viele Fehler bei dieser Strecke machen Nicht im 150er Cup Oh Gott, das habe ich jetzt falsch eingesetzt Über der Lava Das war leicht idiotisch von mir Oh, Dankeschön, du hast mich in die Kurve gebracht Oh Gott, nein, 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 nein Oh, du kleiner, dreckiger, du Gott, die sind heute echt alle im Arschloch-Move Alle Wände sind hier heute im Arschlochhof. Ich glaube, die Wände mögen mich heute echt nicht. Ich glaube, ich muss diese Strecke schon wieder wiederholen. Ja, man darf hier als Fünfter nicht über die Linie. Das ist doch scheiße. Ach Gott, letzter Versuch, letzter Versuch. Ach Gott, ey. Wir dürfen hier wieder nicht so viele Fehler machen. Mindestens als Dritter ins Ziel kommen, damit wir noch gewinnen können. Ach Gott, das fängt ja schon gut an. Einer weggeholt von mir und schon kommt der Affe wieder. Immer diese Affen. Und was war das denn? Hat Mario gerade die rote Shell einfach so abgeblockt? Und was war das denn jetzt schon wieder? Hier Mario. Ach Gott, noch als Dritter. Ganz ehrlich, ich hätte als Zweiter eher gebraucht. Okay, schnell. Zeig mir die Punkte an. Okay, wir haben noch locker gewonnen. Wir hätten auch Vierter werden können. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber egal. Damit hätten wir die Mushroom Cup von den 150er Cups geschafft. Das wäre auch dann der erste Part für jetzt. Ich werde gleich einfach Pause drücken. Dann weiß ich auch, wenn ich das rendere, wann der Part zu Ende ist. Dann kann ich auch da schneiden. So. Ja, Rang E. Das war auch nicht besonders gut, wie ich gefahren bin. Aber egal. Wir haben immer noch Gold. Das ist das, was zählt. So. Ja, der Emulator macht sein Ding. Das war es dann für diesen Part. Schaltet dann das nächste Mal wieder ein, während ich hier die komplette 150er Cups Strecken in einem Mal durchlaufe und dann zum nächsten Mario Let's Play übergehe. Vielleicht sogar auch noch heute. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin gerade voll in Let's Play Laune. Dann mache ich auch gleich nochmal Mega Man. Mit der Laune kriege ich sicherlich die Endkick nochmal hin. Aber naja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss.